Von meiner Seite her nochmal ein herzliches Willkommen. Mein Name ist Marc Gallenbach, Chefsführer und Inhaber von der Alabach Holzbau und Solartechnik HG, Firma, die wir heute hier stehen und den Vortrag haben dürfen. Ich habe selber Zimmermann gelernt vor längerer Zeit. Ich bin dann in die Schule Holzbauingenieur gemacht. Nach der Holzbauingenieurschule bin ich dann noch in die Schweizerische Unternehmensschule in Bern. Ich habe dann anschliessend im 2006 den elterlichen Betrieb hier übernommen. Viele fragen mich auch immer, als Hölziger, warum machst du denn mit Photovoltaik-Anlagen? Das hat doch nichts miteinander zu tun. Beim ersten Blick ist das so, auf zwei Blöcke ist es die ideale Kombination. Auf der einen Seite interessiert es mich sehr stark. Energie, erneuerbare Energien, die ganzen technischen Innovationen, die in den letzten Jahren hier gelaufen sind. Und auf der zweiten Seite ist Photovoltaik. So 95% in unserem Gebiet auf den Dächern zu Hause. Und wir sind die Spezialisten, die alles zusammen unter dem Dach zu tun hat. Weil die Photovoltaik-Anlage selbst die Module zu montieren, die Module zusammenzustecken, das ist nicht schwieriger als einen Stubsauger einstecken. Aber alles, was darunter ist, ein dichtes Dach, ein Dach, das hat. Wir haben vorher gehört, eine Photovoltaik-Anlage hat eine Lebensdauer von 25 Jahren. Das heisst, im Umkehrschluss, dass das Dach, das drunter ist, auch noch 25 Jahre haben sollte, sonst hätten wir ein Problem. Dort sind wir die Spezialisten. Und die Kombination mit dem ist es eben eine ideale Kombination. Wir haben den Vortrag mehr Ertrag als Sonnenlichtgewinner. Und ich möchte euch ein bisschen zeigen, was das man machen kann, wenn eine Photovoltaik-Anlage installiert ist, dass die eben die nächsten über 20 Jahre kommen und läuft. Und zwar so, nach dem Ertrag, den euch der Photovoltaik-Spezialist auch berechnet hat. Warum soll man Anlage reinigen? Strom ist Geld. Das haben wir heute gehört. Je mehr Strom, desto mehr Ertrag. Die Lebensdauer von der Anlage wird sich verlängern. Entschuldigung, es geht ein bisschen erkält. Die Lebensdauer von der Anlage verlängert sich. Es ist wesentlich, ob ihr 25 Jahre läuft, oder ob sie 20 Jahre oder nur 15 Jahre läuft. Das ist wesentlich. Und die Sicherheit für die Umwelt und die Sicherheit für das Haus erhöht sich. Mehr Strom ist mehr Geld. Daraus gibt sich für mich die Frage. Und für euch sicher auch, lohnt sich die Reinigung von einer Photovoltaik-Anlage im Vergleich zum Mehrertrag, den wir bekommen. Und warum soll man so eine solare Anlage überhaupt reinigen? Das ist sicher mal die Luftverschmutzung. Der Regen, den wir haben, kann nicht alles abwaschen. Und wir haben bei stark verschmutzt Anlagen, habe ich auch schon gesehen, gerade vor allem in der Landwirtschaft, wenn man unteren Stall hat, bei stark verschmutzt Anlagen kann es bis zu 20% Leistungsminderung haben. Ich sehe jetzt zum Beispiel hier, oben nachher gereinigt, oben nachher verschmutzt, Staub drauf, und da bringt mich auch das Regenwasser und nicht alles fort. Wir haben Heizungen, Chemie, Umweltverschmutzungen, die darauf einwirken. Ein ganz gutes Beispiel ist die Anlage, die wir hier oben drauf haben. Die Anlage ist in drei Felder eingeteilt. Es fehlt Süd, es fehlt Mitte und es fehlt Nord. Und vor allem im hinteren Feld, hier, wo genau vor Heizung das Chemie hochkommt, haben wir relativ starke Verschmutzung. Also meine Anlage hier tue ich jährlich reinigen. Und ich bekomme immer im Frühling, gerade jetzt um die Zeit von meinem Solarlogger, Meldung, Achtung, diese Fläche produziert. Dann hat man so viel Strom wie die anderen zwei Flächen. Ich konnte das so einrichten mit dem Logger, dass er mir auch Leistungsabweichungen aufzieht. Und das ist also regelmässig so, dass ich genau sehe, Verschmutzung aus dem Chemie, die macht etwas, ich habe eine Leistungsminderung und ich habe eingestellt, dass ich mir erst eine Meldung geben aber eine Differenz von 10%. Also durch das Chemie habe ich auf jedem Generatorenfeld jedes Jahr im Frühling von 9% Abweichung. Stall und Landwirtschaft, vor allem dort wo Tiere darunter sind, haben wir Ammoniak, Ammoniakgas, Stob, zum Telo Dreck, wo sich sehr stark gut absetzt auf die Anlage. Dort kann so nötig sein, dass man so eine Anlage jährlich reinigen kann. Ansonsten ist eine Reinigung ungefähr alle drei Jahre nötig. Das kommt auch noch ein bisschen darauf an, wie man so eine Anlage hat. Jetzt sieht man hier zum Beispiel, so wie man sie nach wie vor sehr viel macht. Hier sieht man eine normale Aufdachanlage mit der Metallkante, mit der Landkante, die sich sehr stark verschmutzt, wo die Pionierpflanzen sich ansiedeln können und nach zwei, drei Jahren bereits eine leichte Mosschick hochwachsen kann. So eine Anlage, die muss regelmässig reinigt werden. Wie gesagt, all zwei, drei, spätestens nach vier Jahren. Es gibt aber auch Anlagen, wo man das Metall hier nicht hat, in den Dachanlagen, wo man nur ein reines Glasmodul hat, welches dann überlappt sei. Dort kann man schauen, da ist eine Reinigung alle fünf Jahre. was ganz wichtig ist, wir haben auch jetzt, gerade in diesen Phasen, manchmal sehr viel Blütenstob drauf. Wir schauen auf euch an und sagen, jesses Gott, die kann ja nichts mehr produzieren, da ist ja eine gelbe Schicht drauf. Das ist kein Grund, für eine Anlage sofort zu feiern. Weil der Blütenstob, der wird vom Regen fortgewäscht. Wir reden hier wirklich vom Stob, der sehr stark drauf sitzt, vom Dreck, wo man muss mechanisch Schachen waschen. Blütenstob im Frühling ist per se kein Grund, dass man die Anlage ausgemacht hat. Verkehrsschmutz, Eisenbahnstob, diese zwei Sachen, das ist eigentlich fast das Wichtigste. Nebst dem, dass wir hier ein Chemie nebendran haben, durch unsere Anlage sehr stark verschmutzt, durch die Eisenbahn. Wir sehen das selber. Wärmschutzwände oder irgendwelche Häuser, die stark nach einer Eisenbahn stehen, die haben immer so eine Metallabrebe drauf. Und das hat die Photovoltaik-Anlage natürlich auch. Bloß eine stark befahrene Strasse haben wir auch von den Autos den Schmutz drauf. Das ist dann wiederum etwas, das regelmässig muss entfernt werden auf die Anlage, damit man keine Leistung sein muss. Wüstenstob, das aktuelles Thema, haben wir vor zwei Monaten gehabt. Relativ viel Sahara-Stob hier. Man sieht es nicht mehr auf der Scheibwischen. Die sind kürtel rot. Das wiederum ist nicht unbedingt der Grund, dass man Anlage reinigen muss, weil auch so ein Wüstenstob, so eine Stobschicht, sich anwaschen mit dem Wasser oder mit dem Schnee. der Vogelkot. Das hat man häufig auf den Anlagen. Und wir haben vorher gesehen, was die Auswirkungen sind. Herr Müller hat uns das eindrucksvoll gezeigt, wenn man zum Beispiel Vogelkot hat, wie hier, die, sagen wir mal, ein Drittel oder ein Viertel fast von einem solchen Modulweifer abdeckt. Wie kann das zum Teil sein, dass die Anlage schon das Dring oder das Modul 20, 30, 40 Prozent weniger Liste bringt. Und so ein Vogelkot, das ist fast das Schlimmste auf einer Anlage. Und das muss man relativ gut und relativ schnell fortmachen. Jetzt haben wir zwei, drei Vorteile. Die nächsten Anlagen haben von sich aus eine sogenannte Nanobeschichtung drauf. Und dann mit der Aufstrahlung der Dreck, der drauf ist, ablösen und mit dem nächsten Regen fortwäschen. Die meisten Sachen, wie ein Vogelkot, wie ein Blatt, das drauf ist, tun sich so mit der Zeit wieder fortwäschen. Aber es kann selber geben, dass eine solche Fläche drauf bleibt. Und das ist auch etwas Richtiges, warum wir vielfach, auch wenn man Anlage nicht jährlich reinigen muss, jährlich schnell vorbeikommen und schauen, ob noch alles in Ordnung ist. Bei einer solchen Vogelkot sollte man eigentlich jährlich fortnehmen. Das führt zu einer Leistungseinbusse. Das Verruckte ist noch. Wenn er vier, fünf Wochen alt ist, sieht er nicht einmal richtig auf der Anlage oben. Und hier kommt nur dazu, man sieht nicht einmal drauf. Blätter und Objekte. Wir haben vorher auch vernommen, was die Schattung ausmacht bei einer Photovoltaik-Anlage. Das kann natürlich nicht nur sein von einem Baum oder einer Pflanze, die wachsen. Das kann natürlich auch im Herbst sein, von Blättern, die die Photovoltaik-Anlage drauffliegen, die dann festkleben und nachher, das gibt es so gerade einmal, fast wie Festbach. Die meisten Blätter kommen wieder fort, die wachsen vom Regen ab. Ab und zu kommt es aber vor, dass so ein Blatt auf einer Anlage bleibt. Und das ist auch etwas, was man dann z.B. bei einer jährlichen Prüfung einer Anlage sieht, die entfernen kann. Weil die Entfernung vom Schmutz selber ist kein Problem. Das geht genau gleich wie bei einem Fensterglas an. Die Herausforderung ist, zu entdecken und dazukommen. Und beim dazukommen, wir kommen später noch dazu, vor allem, wir kommen sicher dazu. Es nützt nichts, wenn die Anlage mehr bringt, aber ihr im Stritttal seid. Das nützt nichts. Was bedeutet das eigentlich beim Ertrag und beim Aufwand? Ja, hier drei Linien. Nein, es sind vier, aber drei, die für uns interessant sind. Wir haben eine Anlage leicht verschmutzt, mittel verschmutzt und stark verschmutzt. Stark verschmutzt heisst eben z.B. Landwirtschaft, mittel verschmutzt heisst z.B. so wie wir hier drauf haben, mit einer Chemie nebendran und ganz leicht verschmutzt eine E-Familienhaus-Anlage, wo keine Chemie nebendran ist. Ihr seht, hier die Anlagengrösse, das hier ist ungefähr die E-Familienhausgrösse und hier sind wir etwa in der Anlagengrösse, wie wir sie hier bei uns auf der Firma drauf haben. Hier auf dieser Seite sieht man den Verlust von dieser Anlage innerhalb von dreien Jahren. Ich habe hier nicht auf das Jahr angestellt, sondern auf drei Jahre, weil ich sage, es macht Sinn, ungefähr alle drei Jahre Anlage zu enden. Das heisst, eine stark verschmutzte Anlage in einer Grösse, wie sie hier ist, kann innerhalb von dreien Jahren durch die Verschmutzung bis 8'000 Franken durchlappen. Je nach die Heffhöhle. In einer leicht verschmutzten Anlage kann das innerhalb von dreien Jahren immer über 2'000 Franken sein, die ihm durchlappen gehen in einer grossen Anlage. Bei einer kleinen Anlage sagen wir mal 20 kW, das sieht jetzt ein bisschen anders aus, und je weiter achten, dass wir kommen, desto weniger wird das. Die gelbe Kurve ist dann die Kurve der Reinigungskosten, wenn wir die Reinigung alle drei Jahre durchführen würden. Die kommen dann noch dazu, wie hoch das die Kosten sind. Die steigen am Anfang wieder an, und dann werden die mit der Anlagegrösse nur noch ein wenig grösser. Das spielt uns keine Rolle, ob das eine riesengrosse Anlage ist, oder eine mittelgrosse Anlage, das gibt vom Reinigen fast gleich viel Arbeit. Wenn man mal eingerichtet ist, und mal oben ist, und mal arbeiten kann, und mal dahinter ist, dann ist man relativ schnell. Aber ich sehe jetzt schon relativ gleich einmal, dass ab einer gewissen Anlagegrösse, oder ab einem gewissen Verschmutzungsgrad, das Reinigen von einer Anlage interessant wird. Finanziell interessant wird. Und das ist vor allem das, wo wir müssen draufgehen, weil ihr eine Investition tätigt in der Anlage, und ihr wollt genau gleich, wie ihr das Geld auf die Bank bringt, oder ihr das Geld in Aktien anlegen, wollt ihr aus dem einen Ertrag haben, und dann ist das hier, das Reinigen von einer Anlage, ein ganz wichtig Bestandteil davon. Kurz, ich möchte euch auf unsere Webseite von der Solarreinigung führen, damit ihr seht, wie das eigentlich funktioniert. Alle haben auf dem Stuhl eine solche Leier gesehen, eine kleine Anleitung, wie man so eine Kostenberechnung macht. Und da kommen wir dann auf diese Webseite, Solarreinigung, hier seht ihr, da habe ich auch den Vortrag von heute drauf, da sind ein paar interessante Informationen drauf. Dann hat es auf der ersten Seite eine Kostenberechnung, wo wir sehen, was mit welchem Verlust oder mit welchem Verlust Ertragsausfall müssen wir rechnen. Da kann man dann ein bisschen spielen, da kann man hier die Anlagengrösse eingeben, zum Beispiel eine blindere Anlage, sagen 6 Kilowatt Anlage. Dann kann man den Vergütungssatz rein tun, den man bekommt. Man kann sagen, zum Beispiel, wir bekommen 31 KW. Und dann rechnen wir nachher aus, dann sehen wir, okay, eine Anlage, mit einer Listung von 6 Kilowatt, mal durchschnitt mit 1000 Kilowattstunden im Jahr, von einer Listrappe bei 1860 Franken Jahresertrag. Bei 10% Verlust durch Verschmutzung müssen wir mit 186 Franken die Tragsausfall pro Jahr rechnen. Das ist einfach einmal eine Grösse. Wenn man die alle drei Jahre putzt, dann kann man den Betrag mal drei nehmen und das ist das, wo man das Maximum sollte investieren für die Anlagsreinigung alle drei Jahre. der ganzen Kniff-Acker-Busatz. Und dann kann man weiter machen. Und dann kann man nachher hier eingeben, die Photovoltaikosten berechnen, von der Reingung der Anlage. Ich sehe zum Beispiel, die Anlage ist in Spiez. Das war ein Nummer zu viel. Die Anlagegrösse 50 m². Die Zufahrt und Gehwege kommen direkt unter die Anlage. Die Anlagegrösse und die Höhe der Traufe. Das ist, wie hoch ist es vom Boden bis zum tiefsten Punkt der Anlage. Und dann kann man berechnen. die Anlage oder die Anlage Das ist genau der Vorführeffekt. Die Internetverbindung fehlt. Hier. Jetzt kommt es. So. Und dann rechnet sie es ihm. Die Anlage kostet 410 Franken. zum Reinigen. Jetzt die Anfragen. Dann bekommen ihr ein Mail und kann euch das so bestätigen. Das gilt für Standardanlagen, sagen wir jetzt mal. Selbstverständlich. Wenn es dann kompliziert wird vor Ort, muss man es individuell anschauen. Aber das hier ist mal so ein groben Anhaltspunkt, wo man sagen kann, dorthin geht es. Gut. Spezialfall Schnee. Jetzt haben wir von Verschmutzungen gesprochen. Es gibt es aber bei uns. Bei unseren Breitengraden noch der Spezialfall Schnee. Und Herr Münger hat es gesehen, ihm tut es das Herzbluten oder das Herzwehe, wenn er Photovoltaik Anlage sieht, wo Schnee drauf liegt. Und wir haben hier schönes Wetter. Mir gibt es genau gleich. Aber wir haben ja nicht nur den Ertrag, wir haben hier sogenannten Zielkonflikt, Energieertrag gegenüber der Sicherheit. Ihr seid als E-Familie-Hausbesitzer jederzeit verantwortlich dafür, dass wenn jemand zu euch kommt, dass ihr das Haus und das Grundstück so bereit habt, dass es dem nichts passieren kann. Wenn die Zufahrt fischig ist und er ausrutscht, seid ihr die Schuld. Wenn Schnee aufbachen kippt und der kommt drunter und ist verletzt, seid ihr die Schuld. Und wir haben hier eben ein Konflikt, Sicherheit gegenüber der Frage. Und da muss jedem Bauherr sich selber bewusst sein, was ist ihm wichtiger. Als Beispiel, mir ist jetzt hier der Ertrag wichtiger. Und aus diesem Grund tun wir, wenn wir Schnee drauf haben, ein Band spannen, bohren, mit einer Heweistafel Acht um Dachlawine. Und dann wissen wir, da kommt Schnee aufbachen, sollten wir nicht drunter stehen. Rechtlich verhält das nicht, wenn jemand gleich drunter steht und der Schnee kommt, dann habe ich ein Problem. Ganz klar. Aber ich will, dass der Schnee aufbachen kommt, weil ich will im Winter, dass die Anlage Strom machen. Wenn man das nicht will, und wenn man sieht, okay, mir ist die Sicherheit wichtiger, ich habe kleine Kinder, ich habe viele Besuche, ich habe viele Leute, die dort drunter durchlaufen, das darf nie Schnee aufbachen kommen. Dort muss man schauen, dass der Schnee oben bleibt. Und das macht man dann mit sogenannten Schneefängen. Abdeckung. Aber dort redet man nachher von einer Absichtung, ich sage nicht Verschmutzung, sondern von einer Absichtung, Abdeckung, weil es ein sicherheitstechnischer Aspekt ist. Wir betrachten das aber nachher auf einen Ertrag. Wir haben Schnee drauf, die Anlage macht weniger Strom, also haben wir doch auch weniger Geld am Schluss. Das sieht folgendermassen aus. Hier haben wir durchschnittlich Ertrag von der Anlage pro Monat. Das ist jetzt einmal eine runde 7 Kilowatt Anlage, ein Seinfamilienhaus, Januar, Februar, März, April bis zum Wettcenter. Im Januar sieht sie so aus, eine Anlage, die nicht schneebedeckt ist, gegenüber einer Anlage, die schneebedeckt ist, kann man sagen, macht sich das doppelte. Im Februar sieht es manchmal sogar nur drei Beräte, das macht eine Anlage, die nicht schneebedeckt ist, fast dreimal so viel. Das sind Durchschnittswerte aus den letzten Jahren. Aber im März, April, Mai, Juni, August, September, Oktober, ja, da haben wir höchst selten mal Schneedorf in unseren Berätengraben. Und dann ist nur der November, da ist es sehr wenig, und dann ist nur der Dezember, da kann es im schlimmsten Fall auch noch die Hälfte ausmachen. Aber was will ich euch zeigen? Hier machen wir die grossen Erträge. Hier, da. Und im Januar und Februar und November und Dezember, wenn die Anlage noch die Hälfte macht von dem, wo sie sollte, ist das nicht so schlimm, weil es ist relativ wenig. Sie macht sowieso schon wenig. Hier und hier. Also, wenn jemand sich entscheidet, ich entscheide mich für einen Sicherheitsaspekt und möchte eine Schneefangmuche tun, dann heisst das nicht gleichzeitig, dass ihr nur noch eine halbe Jahre das Erträge hat. Sondern, die Differenz ist relativ klein. Die Differenz ist jetzt bei einer E-Familien-Haus-Anlage ungefähr 200 bis 400 Kilowattstunden pro Jahr. Das sind ungefähr 50 bis 300 Franken, je nach Gehef. Dazu kommt am Anfang noch die Kosten einer Schneefang-Anlage zwischen 300 bis 600 Franken. Das heisst, ihr habt am Schluss von 25 Jahren gerechnet im schlimmsten Fall 8000 Franken und im achsten Fall 1500 Franken, die ihr verliert. Durch die Investition in den Schneefang plus der Minderertrag, weil die Anlage nicht funktioniert. Jetzt mit diesem Betrag kann man nicht so viel anfangen. Was bedeutet das eigentlich auf die ganze Anlage? Die ganze Anlage produziert in diesen 25 Jahren je nach dem, je nach welcher Heft zwischen 60 und 150'000 Franken. Also 150'000 Franken sind Anlagen, die im 2009 Betrieb sind gegangen, 60'000 Anlagen, die im 2013 Betrieb sind gegangen, auf die Lebensdauer von 25 Jahren rechnen. Das heisst, wir reden von einer Differenz von 2 bis 4 Prozent, je nachdem, ob der Schnee drauflägt oder nicht drauflägt. Was ich nicht einrechnen kann, was nicht Auskunft geben kann, ist, wie viel Schnee haben wir überhaupt in den nächsten 25 Jahren. Das ist ein anderes Thema. Also, ob der Schnee gehört bei Reinigung dazu, man muss sich am Anfang Rechenschaft ablegen, ob der Schnee drauf oder nicht, ob die Sicherheit oder nicht, was ich gar nicht empfehle, ist der Schnee nachträglich gewachen. Das ist blitzgefährlich, das tut der Anlage nicht gut, wenn er mit der Schaufel da drauf geht und dann reinstecht. Bloß, es bringt nicht viel. Warum soll man Anlage reinigen? Strom ist Geld. Je mehr Strom, desto mehr der Trage. Ich glaube, dass in meiner See liegt. Das ist so. Die Lebensdauer der Anlage verlängert sich. Es gibt die Frage, warum kann eine Reinigung die Lebensdauer der Anlage verlängern? Vielfach kommt man hin, und nebst einer Reinigung kommt man auch zu begutachten, zu kontrollieren einer solchen Anlage dazu. Da kann man vor allem schon während dieser Reinigung Schäden feststellen. Schäden zum Beispiel bei einer Generatoranschlusskaste sie ziehen Wasser. Da ist Wasser drin, das Zeug rostet dort drin, das gibt Kinder 5 Jahre, und dann geht der Strom wieder durch. Und wenn ihr keine Solarlogger habt, keine Aufzeichnung habt, merkt ihr das nicht einmal. Das erkennt man, wenn man nach unten geht. Hotspots, hier, bei solchen einzelnen Zellen, wo man zu heiß hatte, weil zum Beispiel eine Vogelkote war, oder Schwestenfehler hatte. Ihr könnt ihr nicht, wenn ihr unten schaut, von uns vor Ort. Solche Sachen kann man erkennen, kann man nachgehen, warum ist das so, kann man ausschliessen, weil daraus kann theoretisch, ganz gut gegeben, auch mal ein Brand entstehen. Das ist ganz selten, aber es könnte mal sein. Einzelne kleine Beschädigungen, zum Beispiel hier, wo das Glas gebrochen ist, kann man entdecken, das sieht man von unten nicht. Und das kann zu weiteren Fehlfunktionen der Anlage führen. Oder innerhalb von diesen Modulen, oder innerhalb von Kasten eines Generatoranschlusskasten oder auch vom Wechselrichter unten. Dass man das mal etwas neuer anschaut, ist noch anders und so, wie es soll sein. Ihr habt von Herrn Münger gehört, die private Anlage daheim, die müsst ihr offiziell alle 20 Jahre einmal prüfen. Freiwillig dürft ihr fleissiger. Und wenn man schon gerade eine Reinigung macht, macht es Sinn, wenn man diese Sachen auch gerade anschaut. Somit kann man sagen, die Lebensdauer der Anlage verlängert sich, wenn man bei der Reinigung auch gerade etwas neuer anschaut und die fehlerhaften Module oder die fehlerhafte Stelle beseitigt. Weil wenn mal etwas kaputt ist, dann kostet es mehr oder dauert es länger oder dann kann es sein, dass andere Module in die Arbeit gezogen werden. Und dann ist dann halt anstatt 25 Jahre Betrieb dann ist dann halt schon nach 15 Jahren Betrieb Schluss. Das wäre schade. Die Sicherheit erhöht sich. Und warum ist das gut für das Gebäude? Warum? Eine Anlage, die abbringt, hat nichts mehr wert. Und dann ist es nicht mehr wert. Nebst dem, dass die Anlage abbringt, brennt noch das Haus darunter ab, und das ist dann ganz schlecht. Man kann schon sagen, es ist alles zusammenversichert, aber gleichere Sachen, persönliche Wertgegenstände im Haus drin, und das müsste man nicht unbedingt verbrennen. Wenn man so eine Anlage regelmässig prüfen kann, dann kann man solche fehlerhafte Stellen frühzeitig erkennen und kann das vermeiden. Und nach einem strengen Winter kann man Schäden vom Schnee zum Beispiel erkennen. Ich habe das genommen als schlechtes Beispiel. Ich habe eigentlich den Schnee nicht so viel dafür. Das ist eher die Installationsart und Weise der Anlage, die schlecht ist. Aber es kann gleichwohl mal passieren, auch in einer gut installierten Anlage, die Anlage ausdrücken. Hier sieht man es auch von unten. Es gibt Anlagen, die man das nicht von unten sieht. Und das ist gut, weil es normalen schauen gibt und schauen, überleben die den Ernährungsstimmten übernutzen. Ich kann sagen, Sicherheit für die Umwelt und für das Gebäude erhöht sich. Wie tut der Profi reinigen? Es gibt drei ganz wichtige Sachen, die wir darauf achten müssen. Das ist das Wasser. Wir sehen es dann aussen. Ein 1-1 Beispiel. Wir brauchen entmineralisiertes und reinigen das Wasser. Wenn ihr regelmässig aufs Dachkuchen geht und so in einer Lebensdauer von 25 Jahren kommt, eine solche Anlage ohne weiteres 7-10 Mal reinigen zu werden und ihr dann mit kalkhaltigem Wasser darauf geht, dann passiert es gleich wie im Wasserkocher oder wie im Boden fallen wird, dass ein Kalk bleibt. Und Kalk ist nichts anderes, wenn eine zusätzliche Verschmutzung und dann wieder das Sonnenlicht abhalten und am Schluss sind wir gleich weit, wie wenn wir nicht gereinigt hätten. Die Anlage ist gekalkt und sie funktioniert nicht mehr richtig. Und man muss am Schluss sagen, dass wir mit normalem Ledungswasser reinigen. Darum ist es ganz, ganz wichtig, dass man mit dem entmineralisierten Wasser reinigen. Weil der Regen bewegt das beste Putzmittel auf der Solaranlage. Weil das ist entmineralisiert. Das ist nämlich Kondenswasser, das aus dem Himalobach kommt. Der Haken ist einfach genau denn, wenn es schifft, gehen wir nicht so gerne reinigen. Aber sonst wäre das das Schönste, genau denn, wenn es regelt, auch gleich mit der Reinigungsanlage hoch und mit dem Wasser zu reinigen. Das zweite ist die mechanische Reinigung. Das ist genau so wichtig. Weil, sonst könnten wir auch sagen, der Regen macht alles. Man muss doch nicht mechanisch reinigen. Das ist aber nicht so. Wir müssen mit einer Bürste, mit einer Spezialbürste hoch auf die Anlage, und die Verschmutzungen, die wir haben gesehen, die an den Profilen entlang entstehen, die an den Haken entlang entstehen, mechanisch fortnehmen. Man würde auch nicht eine Pfanne einfach mit zu warmem Wasser reinigen und schwenken und dann ist sie sauber. Dann müsste man auch mit einem Huddel zuerst probieren, aufzupotzen. Und das ist hier genau das Gleiche. Und das Letzte, das ist für einen Bauherr wichtig, und für uns als Erleinigungs-Leute extrem wichtig, dass es die Sicherheit hat. Heute ist die Vorschriften sehr streng. Ihr dürft, also ihr persönlich dürft schon, aber ich als Arbeitgeber darf meine Leute nicht mehr auf eine Letere schicken, die höher sind, als zwei Meter. wenn sie höher steigen, wenn sie zwei Meter auf eine Letere müssen sie angebunden sein. So dass sie sich anbinden dürfen, müssen sie in einem Kurs gewesen sein. Und die Sachen, zum anbinden, müssen alle jährlich geprüft werden, oder sicher in der Vorschrift entsprechen. wenn ihr das privat macht, und ihr dürft, ist das gleiche, dann kann ich nichts dafür. Aber ich darf meinen Leuten das Risiko nicht aussetzen. Sprich, ich muss die Mittel zur Verfügung stellen, und ich muss die Kursen zur Verfügung stellen, um meine Leute anbinden, dass sie sicher auf einem Dach arbeiten können und die Anlage reinigen. So reinigen wir. Wir kommen mit dem Fahrzeug, mit dem Reinigungsapparat drauf, anschliessen, Strom und Wasser, wir sehen es dann aussen, dann die Lanzen zusammenstecken und dann reinigen überall dort, wo es Gäbig gibt, vom Boden aus reinigen. Ich zeige euch das noch in einem kurzen Filmchen, bevor wir nachher das Aussen miteinander anschauen. bis zum nächsten Mal. Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020